Hallo, vermutlich werden sich jetzt einige Leute wundern, dass Alicia heute ganz anders aussieht. Sie ist es auch tatsächlich nicht. Die Lady aus Milano hat ganz erhebliche Schwierigkeiten mit ihrer Gesundheit und allein singen macht hier keinen Spaß, also nichts mit Sachen zu nah am Feuer hier drin. Die Bananen haben allerdings ganz schnell geschaltet und jemanden eingekarrt, der auch toll ist. Und das ist Roger Chapman. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren,